das ist ein turm das ding ist so wie alter jungen naja das trifft nicht ganz aber in welchem viertel bin ich nur nobelviertel war ich jetzt schon ständig von einem anderen kommen schon verlassen verlassen verdammte langsam turnen sieht man doch wusste jetzt mein ziel bisschen weiter weg aber der dürfte es sein man lässt euch kommen und gehen wie es euch beliebt ich dachte niemand hätte zugang zur festung für wahr aber wilhelm will die instandsetzung sobald als möglich beendet sehen was uns als vorteil dient eine ideale deckung sehr gerissen jedenfalls ist mein bericht fertig ich sollte ihn abliefern endlich entwickelt sich die lage zu unseren gunsten und nicht von ungefähr nun die bibel sagt schließlich hilft dir selbst dann hilft dir gott nein das stimmt nicht das stammt aus esops fabel die bibel sagt in der tat meist das gegenteil vieles dreht sich darum geduld zu haben und abzuwarten bis der herr sich entscheidet ob er zu helfen wünscht egal ich sage wir haben lange genug gewartet dem werde ich nicht widersprechen also gut ich bin weg so was kann ich ihnen stehlen ich bin noch gar nicht hinter dir ich habe mich schon umgedreht und ich bin schon verschwunden du spaß meins eine westliche struktur könnte eine mögliche eingehen sein umständlich aber besser als vor den kerl jetzt exzellanzierung verstecken zu müssen ich muss ich muss auch auf die kirche auf jeden fall muss ich auf die verdammte kirche das sieht ziemlich weit ich glaube das schafft er nicht nee das geht nicht es kann gar nicht gehen warte 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 nein da solltest du nicht rein solltest du ein bisschen mit an kamera höre auf dich zu drehen zumindest von alleine genau das schafft man aber so zur kirche nein 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 puh hoch bitte danke gern geschehen so da ist die kirche es ist wirklich nicht werde aber sagen naja niemand wird es jemals erfahren ob er noch sagen wollte oh shit warum müssen Männer immer kämpfen ey, ich hab nicht angefangen damit okay, ich muss jetzt auf die Kirche die sieht eigentlich aus, als würde ich genug zum Thetamiten hm, hier kommt er nicht hoch okay ähm, dann nächstes Fenster ja, okay, das ist genau dasselbe Fenster das sieht, das Fenster sieht anders aus das ist halt mehr Gitter ja, auch da also wenn er da jetzt in den Händen hochklettern könnte dann ist er verknüppelt er hat am Bein verloren oder so aber ich verstehe auch so komisch, wenn sie sieht es aus, als hätte er nur ein Bein was? guckst du nicht okay mh sieht schon fett aus, die Kirche ist eben nur eine besondere Kirche mit einem Namen ah, hier so, komm, jetzt links entlang okay und jetzt jetzt hier mal entlang ähm an dem Fenster kommt man auch nicht weiter puh hopp hui, das war ja, hier vorne ja, hier kommst du nicht um die Ecke das gibt es doch nicht, du musst dich total verdammt jetzt ne geht nicht geht's doch nicht nö höh okay das ist jetzt irgendwie scheiße naja es kommt aber wieder runter hey ich bin doch hier leider um die Ecke irgendwie soll ich verarschen? wie will ich denn hier hingekommen sein? what? what, 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 what boh ne ne Junge hier ist kein Weg nach oben scheiße fuhr man sich ich da irgendwie dran ne ach ach, 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 ach hier klar warte, andere Seite ne Irgendwie nicht. Doch. Oh. Yes. Wunderschöner Weg nach oben hier. Haha. Bauer nennt er mich. Bauer nennt der Bauer mich. Wo ist denn da irgendwas, was mich wegjagen will? Hopp. Auf dem Kirchendach. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wir hoffen euch. Leute, ich wollte dich unterschubsen. Komm da drüber. Verdammte Scheiße. Ich stelle mich einfach mal so hin. Komm, komm. Ein Pfeil. Hahaha. Nice. Oh. Nicht Waffe einstecken. Schubsen will ich. Ha du. Du wirst sterben. Genau du. Oh verdammt. Kommt ja noch einer von hinten an. Mein Gott. Gebt Ruhe. Oh Junge. Oh verdammte. Verdammte Scheiße alter. Worte. Das macht mir Angst. Wo ist denn hier denn? Oh Scheiße, es stehen hier viele Leute auf dem Turm. Da jetzt weiter nach oben. Ja, das glaube ich. bin ich fest von überzeugt doch das wird er scheiße ich muss erst alle wachen oben auf diesem dinge zerlegen und zur hölle bin ich auch wieder hier drin legt mich doch ich gehe einfach raus tod deiner mutter verdammte scheiße leute so nach oben wenn ich bitten darf und keiner wirft mit steinen oder pfeilen nach mir sonst tötet ich denjenigen da ist ein shit sie werden mich angreifen oder das sind zu viel das sind wirklich zu viele jetzt vielleicht wird mich an die ja irgendwie schon wenn das so einfach ist ich sollte mich ein bisschen erst irgendwo stecken und freundlich komo glättere da bin ich die ersten kerle hat niemand hier hier in diesem fenster sollte man hochkommen können darüber ist auch schön deko hat nur keine fuck you oder zwei werfen stein mein gott legt mich man kann doch nicht alle hier jetzt umbringen ich will nicht so und jetzt wenn ich bitten darf ein versteck willst du mich verarschen hoch da na hammer warte da bist du beschissen ich dachte jetzt schon erwartet da bis die leute ihn wieder eingeholt haben ich bin nicht hier oben geht wieder geh runter du tempel fucker mein gott wo ist jetzt die scheiß kirche da da ist die scheiß kirche so ein bisschen langsam runter sonst bin ich gleich wieder tot 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 oh mein gott wie kann ich denn von dem einen kerl so verdammt noch mal so oft getroffen werden nur weil ich versuche nach hinten zu springen so hier auf der anderen seite zwischen weiß ich wie es wie man in dieser kirche hochkommt dann geht das eigentlich auch ziemlich schnell und einfach so ich bin ein bisschen weit nach oben geklettert hier entlang ihr seid ihr nicht erwünscht du aber glaubst du du wärst hier erwünscht so oh god oh god